Heinz Zündorf hat wahrlich außergewöhnlichen Trödel mit im Gepäck, als er das TV-Studio im Pullheimer Walzwerk bei Köln betritt. Da ist selbst Moderator Horst Lichter-Baff, der das Objekt auf den ersten Blick als T.A. identifiziert. Bei so viel Unwissenheit kann der Studiogast natürlich nur herzhaft lachen. Das ist keine Eierhandgranate, Herr Lichter, sondern eine osmanische Taschenuhr, klärt der 81-Jährige auf. Und auch zur abenteuerlichen Geschichte des Zeitmessers kann Zündorf etwas berichten. Er doziert. Die Taschenuhr wurde seinerzeit von reichen Arabern genutzt, die sie mit aufs Kamel in die Wüste nahmen, damit kein Staub rankommt. Die Seltenheit an dieser Uhr sei, dass sie drei Übergehäuse habe. Das hätten ihm auch zwei Experten von Sotheby's in London und bei einem berühmten Kölner Auktionshaus versichert. Experte Albert Mayer kann die Angaben des Verkäufers bestätigen. Er hat recht. Es ist eine englische Taschenuhr, die für den osmanischen Markt gefertigt wurde. Sie funktioniert, der Zustand ist ganz gut, so der 74-Jährige. Das äußere Gehäuse sei jedoch sehr stark abgegriffen. Was den Wert seines Mitbringsels angeht, da hat Zündorf bereits eine ganz genaue Vorstellung. Er erwarte in der ZDF-Trödelshow deshalb einen angemessenen und fairen Preis. Seine Forderung lautet daher, ich richte mich nach den Expertenaussagen der Auktionshäuser. Die lagen nur 200 Euro auseinander, nämlich zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Mit dieser Summe kann Mayer jedoch überhaupt nichts anfangen. Der Sachverständige taxiert den Schätzpreis auf nur 900 bis 1200 Euro. Ich kenne den Markt ganz gut und ich weiß, dass diese Uhren nach wie vor in England zu kaufen sind, stellt er lapidar klar. Diese Aussage macht den Verkäufer richtig sauer. Er fühlt sich von Mayer übers Ohr gehauen und gibt allen Anwesenden deutlich zu verstehen. Für diesen Preis werde ich die Uhr auf gar keinen Fall hergeben. Auch in den Händlerraum will Zündorf nicht mehr. Ich bin bei der Preisvorstellung, die ich im Kopf hatte, geblieben. Die Uhr ist für mich persönlich einfach mehr wert, poltert er zum Abschied und lehnt die Händlerkarte ab. Dann zieht er verärgert von dannen.